Mein Name ist Tiet, ich bin 21 Jahre alt und ja, ich komme aus Auk, das sind in jedem Fall aus Freisland, ich brauche aus Freisbrad und das ist ähnlich wie ich zusammen bin. Ich habe das wohl von Lüchertorf an, was ein bisschen mitgekommen, durch die Mode, weil wir uns in der Familie, wo man sich Deutsch braut und ich denke, ich brauche das auch konsequent. Ich kann das von ihm auch gut verstärken und ich habe das nicht von Null lernen. Und ja, ich war in Auge auch noch und da denke ich, ich würde auch noch ein Blut aus Freisbrad, wenn man das so verliegen würde mit dem Rest aus Freisland. Ob ich alle noch nicht mehr so fahre, meine, ich komme wohl an eine Person, ob ich alle, die das auch noch an Pauken leidet. Und das ist auch wohl noch möglich, wenn man in Auge, denke ich, in Winkel geht, in Geschäft geht, dass das nur Lüge hilft, dass man mit einem Pauken leidet, auch wenn man ein Junge ist. Und so ist es auch in Auge, wie es bei mir auch alle, die das auch noch können. Ich habe auch insbesondere Arbeit in Auge, das war bei NRK. Und da, was das auch noch ist so, das hat auch, da, ich denke wohl, Berufwerk, 20% von den Leuten, die da arbeiten, das hat auch noch wie das Pauken, das hat halt auch noch wie das Arbeitstag. Und da kommen, denke ich, wo Siergen ist auch ein von den Sternen, Binnen aus Freisland, wo, wo noch ein Pauken ist, das auch eine Kiocken-Stadt ist und leidiert besiedelt. An der Kuppel fand ich es auch dort, das auch, auch von Flach, leid graub ist und auch noch ein Pauken-Land zu hören, das. Und da, ich denke, besonders die westlichen Teilen von Auge, da ist das Aus Freis noch leid stark, ja. Und ich bin auch, das fand Jungfalsgemeinschaft, das ist ein Aus Freis-Tau- und Kulturverein. Und die Setzung gefördert Aus Freis-Plantin. Und auch gefördert das Saute-Freis, das sind Saute-Land-Pau-Furz, das ist der DSO-Aus Freis-Tau. Und ja, auch da morgen in Wien geholt haben wir Aus Freis-Wohrenbock und so was. Und da habe ich Französ-Sachen bei Lü auch gefördert mit meinen Olle, die dann auch noch Aus Freis brauchen. Und da schreiben wir das, da das Beispiel auch ohne Nanne Französ, dass man auch für Texten, Publikations, was wir machen für die Verein. Und ich denke, da darf man die Tau Französ-Sachen ein bisschen aufbauen, ne. Und auch in Kontexten buchen, wo man das vielleicht anders nicht gebucht hat, in Schrift und auch in viel mehr Kontext. Ja, ich denke, das ist, da darf man für die Anruhe. Ja, ich denke, das ist, 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 das ist,